Al-Ali Klub ist ein Fußballverein aus Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Der 1970 gegründete Verein spielt in der höchsten Liga des Landes, der Premier Division. Al-Ali gewann 1975 erstmals die nationale Meisterschaft und wiederholte diesen Erfolg im folgenden Jahr. Nach einem dritten Meistertitel 1980 dauerte es 26 Jahre, bis in der Saison 2005 06 der vierte Triumph in der Liga erzielt werden konnte. Hierbei bezwang man unter dem deutschen Trainer Winfried Schäfer im Playoff-Endspiel den Konkurrenten Al-Wada aus Abu Dhabi mit 4 zu 1. Neben den Erfolgen in der nationalen Meisterschaft konnte Al-Ali insgesamt sieben Erfolge im nationalen Pokal-Wettbewerb erzielen. Darunter im Jahr 1975 DK Sekunden Dumble. Zuletzt machte der Al-Ali Klub mit der Verpflichtung des italienischen Verteidigers Fabio Cannavaro auf sich aufmerksam. In Deutschland ist der Klub auch durch die Verpflichtung des Stürmers Aristide Bassett, der in Deutschland für den 1. FSV Mainz 05 und Kickers Offenbach spielte, sowie die Verpflichtung von Grafite, der beim VfL Wolfsburg spielte, bekannt. Erfolge National-UAE Arabian Gulf League Meister 1974-75, 1975-76, 1979-80, 2005-06, 2008-09, 2013-14. UAE Arabian Gulf League Liga Pokalsieger 2011-12, 2013-14. UAE Arabian Gulf Supercup Super Pokalsieger 2009-2013-2014 Regional GCC Champions League Sieger 2011-2013-2014, 2011-2014, 2015-2014, 2015-2014. Mohamed Kader, Iran Ali Karimi, Iran Javed Kazimian, Libanon Yuse Mohamed, Brasilien Pinker, Portugal Ricardo Kvara Esma, Bekannte ehemalige Trainer, Rumänien Johann Andon, Rumänien Ilje Balazzi, Deutschland Egon Kurdes, Ungarn Nendor Haidt Kuti, Deutschland Winfried Schäfer.